So, herzlich willkommen zum Blue Pit Workout Nummer 43. Heute auf dem Programm wieder ein längeres M-Rap, 22 Minuten. Dafür wollen wir uns gut warm machen und deswegen drei Runden, drei Perfect Stretches auf jeder Seite. Danach machen wir 20 Steps Bear Crawl und zum Abschluss nochmal fünf Hip Bridges Hold plus Leg Lift auf jeder Seite. Danach kommen wir zum Workout, 22 Minuten M-Rap, 30 Push-Ups, Shoulder Tabs, danach 30 Dumbbell oder Kettlebell Push Presses, fünf rechts, dann fünf links, dann 30 Bend Over Rows und zum Abschluss 30 Hip Bridges. Die Füße sind dabei auf einer Box oder auf einer Couch, je nachdem, was ihr da macht. Viel Spaß damit, Hashtag Stay Blue.